Einmauer, kann man den Wagen in den 100er-Club aufgenommen, feiern seit dem 100er-Länderspiel? Hat den Ständchen gesungen oder was ist da üblich? Das ist noch nicht, aber dann halt nach dem Spiel noch nicht. Noch nicht, nein, nach dem Spiel ist das vielleicht auch nicht ganz so angebracht, aber nach dem Spiel natürlich wird man das tun. Bastian hat 221-Länderspiele, kannst du dich noch erinnern? Aufs nach dem Spiel dann? Ich glaube, nach dem Spiel haben wir das mit Siegehalt, da haben wir noch die Rede gehalten, die ganze Mannschaft. Das ist ein besonderer Moment, 100 Länderspiele, das muss man erstmal schaffen. Und ich glaube, Toni hat es verdient, auch so viele Spiele zu spielen für die Nationalmannschaft. Sie wollten, dass wir heute bei den Brauers heute die nächsten Entwicklungsschritte machen. Sie müssen es ja vielleicht auch ein bisschen auf die ganze Beziehung haben.